Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming und dem Gaming Podcast. Ja, ihr habt jetzt gemerkt, ich habe es eine ganze Weile lang nicht geschafft, eine neue Folge aufzuzeichnen, was unter anderem an meiner Gesundheit liegt. Ich bin sehr stark erkältet. Ja, es hat mich schon wieder erwischt, mehr oder minder, und das ist echt absolut ungeil. Ich habe mir aber gedacht, heute werde ich trotzdem meine Folge veröffentlichen, warum auch nicht. Muss ich halt zwischendurch ein paar Cuts setzen. Okay, an der Stelle habe ich jetzt gerade schon gemerkt, zu viel reden ist auch wieder nicht gut. Musste ich direkt husten. Trotzdem wollen wir heute ein wenig über Games reden. Ja, zum einen haben wir natürlich die Final Fantasy VII Rebirth Demo. Die solltet ihr euch echt mal angucken. Es gibt auch Bonus-Inhalte, wenn ihr die gespielt habt, für das finale Spiel. Also wenn ihr Final Fantasy Fans seid, lasst euch die Chance nicht entgehen. Die Demo, ich zocke sie auf Playstation 5, wird euch wie gesagt Bonus-Inhalte ermöglichen im Spiel. Das macht natürlich Sinn, wenn ihr Final Fantasy Fans seid und das auch weiterspielen wollt. Ja, und das Jahr des Survivals hört natürlich nicht auf. In dem Sinne habe ich jetzt unter anderem für euch Nightingale getestet. Das Spiel ist auch wieder im Early Access, das heißt, es ist unfertig, es können Fehler auftreten und, und, und. Aber Nightingale, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Der Ansatz ist interessant. Allerdings bin ich nach dem Tutorial jetzt immer noch in der ersten Welt und stecke da tatsächlich so ein kleines bisschen fest. Weil die Laufwege doch relativ hoch sind. Also das Spiel erzählt mir zwar, dass ich bei einem Händler neue Entwürfe kaufen soll, aber dieser Händler ist dann mal eben über die komplette Map verteilt. Weg, also über die komplette Map weg. Ja, also, äh, riesen Laufweg. Ich habe da fast, äh, 20 Minuten hingebraucht. Also, das ist vielleicht nicht ganz der wahre Weg. Also, aber trotzdem, es fühlt sich immer noch so ein bisschen wie so ein Tutorial an. Ja, ihr bekommt einen ersten Begleiter in dieser Welt und der hilft euch ein bisschen. Spaßigerweise könnt ihr den tatsächlich auch ein bisschen missbrauchen, indem ihr diesem Begleiter halt eben alles, was ihr selber nicht mehr tragen könnt, aufhalst. Ja, und das teilweise bis zu zehnfachen von dem, was ihr mit euch mitschleppen könnt. Also, zum Vergleich zum Häusle-Bauen braucht ihr beispielsweise Steinblöcke. Diese Steinblöcke kann ich abbauen. In der Regel ist in meinem Inventar so bei 18 bis 20, maximal 22 Stück Schluss. Dann kann ich mich nicht mehr vernünftig bewegen. Ja, meinem Begleiter habe ich gestern mal, ich glaube, bis zu 78 Stück aufgehalst und der konnte sich immer noch relativ normal bewegen. Also, das lohnt sich schon. Die, äh, Idee und der Ansatz hinter Nightingale ist aber unheimlich interessant. Unsere Welt ist zerstört und wir, ähm, reisen im Prinzip durch die Welten der Fae. Das sind so eine Art Feenwesen in Menschengestalt, nur mit, äh, ich sag mal, übernatürlichen Fähigkeiten, so ein bisschen. Kommen mir so ein bisschen vor wie Q aus Star Trek, nur mit Masken und mehr mittelalterlich. Also, ja, mittelalterlich ist was übertrieben, aber, ja, so Renaissance-Zeit mäßig. Kommt interessant rüber, werde ich auf jeden Fall noch weiterzoggen, bevor ich den Artikel schreiben kann dazu. Ähm, ich finde es einen coolen Ansatz. Also, kann man durchaus mal reingucken. Was ich auch für euch teste gerade, ist Last Epoch. Ähm, der, äh, ja, wie soll ich sagen? Diablo-Klon? Schräger Diablo-Konkurrent? Es ist ein bisschen schwer zu sagen, äh, Last Epoch hatte ich lange Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm. Da bin ich erst durch den Egor wieder drauf gekommen. An dieser Stelle schönen Gruß an dich, Egor. Ähm, glücklicherweise haben wir auch ausreichend Testmuster bekommen. Das heißt also, ähm, Egor wollte das Spiel haben, hat's gekriegt. Ich konnte es auch spielen. Äh, lohnt sich tatsächlich, ja. Also, Last Epoch macht Laune. Kommt jetzt nicht ganz das Diablo-Feeling auf. Ähm. Ähm, erscheint auch derzeit noch ein bisschen, äh, zurückhaltender wie, äh, Diablo. Aber auch hier mag ich den Ansatz wieder. Wir reisen durch verschiedene Zeiten derselben Welt, um im Prinzip die Katastrophe zu verhindern. Ja. Wir beginnen da bei einer ganz normalen Welt und reisen später in, äh, das ruinierte Zeitalter, das Zeitalter der Dunkelheit, bla bla bla. Ähm. Ähm, könnte interessant werden, ja. Also, das Spiel hat mit Sicherheit einiges an Zeit noch vor sich, aber durchaus macht das schon mal Laune. Ja, dann möchte ich euch ein bisschen spoilern, ähm, wir haben jetzt Hardware-Tests neu bekommen von der deutschen Gaming-Marke Nifter. Also, habt ihr vielleicht schon mal was gehört, die machen gerade sehr, sehr viel Social-Media-Kram und, äh, sind auch sehr aktiv da in der Richtung. Im Prinzip ist es schon fast ein bisschen Spam-mäßig, ja, diese Menge, die mir da beispielsweise bei TikTok um die Ohren gehauen wird. Ähm, wir haben von Nifter bekommen eine Tastatur-Maus und, äh, Maus-Pad. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ein Maus-Pad, im ersten Augenblick von der Oberfläche her, wirkt es nicht viel anders, wie, äh, beispielsweise meine Miho-Yo-Maus-Pads von der Gamescom damals. Ja. Aber dieses Maus-Pad ist deutlich schwerer wie andere Maus-Pads. Es hat eine Echt-Gummi-Rückseite und, ähm, die Oberfläche ist tatsächlich auch glatter. Fühlt sich wertiger an, sieht auch wertiger aus. Ja, das Ding ist absolut sauber verarbeitet, da kann man nichts sagen. Ich finde es jetzt trotzdem immer noch ein bisschen teuer, aber trotzdem diese Echt-Gummi-Rückseite, das hat schon was. Und durch das höhere Gewicht bleibt die natürlich auch besser liegen. Die wirkt sehr stabil, ist relativ dick, dieses Maus-Pad. Diese Maus-Matte, dieses Maus-Pad, ja. Und auch die, wie gesagt, die reine Oberfläche, ja, wirkt glänzend und hochwertig. Also, ich weiß nicht, ob man dafür so viel Geld ausgeben muss, aber man kann es definitiv. Und wird dafür auch belohnt. Und was mich wirklich begeistert hat, ist die Maus. Und auch wenn die NIFDA NIF22 unheimlich teuer ist, mit 100 Euro, ja, das finde ich schon fast ein bisschen unverschämt. Habt ihr hier eine Maus, die RGB-Beleuchtung hat? Intelligenterweise geht diese RGB-Beleuchtung aber nur an, wenn ihr die Maus loslasst. Ja, das macht also Sinn. Wenn ihr die RGB-Beleuchtung nämlich verdecken würdet, dann geht die gar nicht erst an. Dann, äh, von der Auflösung her ist sie halt ganz normal eine hochwertige Gaming-Maus. Ja, da ist nichts Besonderes dran oder so. Was ich persönlich extrem interessant finde, ist die Tatsache, dass ihr diese NIF22 komplett individuell austauschen könnt. Das heißt, also geht euch eine Maustaste kaputt, könnt ihr das austauschen. Habt ihr das Case versaut, könnt ihr das austauschen. Es ist ein offenes und geschlossenes Case dabei. Also einmal diese Wabenstruktur, die man kennt, von diversen Mäusen und einmal eine komplett geschlossene Struktur. Das könnt ihr alles so mit einem Handgriff austauschen. Und genauso wie die Maustasten selbst. Die sitzen nur auf dem Tray drauf. Die kann man reinstecken, die kann man rausnehmen, die kann man einzeln nachkaufen. Und das finde ich für so eine Gaming-Maus schon echt geil. Ja, ich meine, ich habe schon viele Gaming-Mäuse besessen, auch gute Gaming-Mäuse. Aber dieses Austauschbare hatten wir halt noch nie. Ja, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Hinzu kommt bei dieser Maus, dass ihr selber entscheiden könnt, ob ihr die als Funk-Maus oder kabelgebunden benutzen wollt. Das ist ein in Paracord gesleeftes Kabel dabei. Das wirkt zwar ein bisschen, ich sage mal flapsig, das Kabel. Ja, als wenn es so ein bisschen dieblos gemacht wäre. Aber es fühlt sich unheimlich geil an, muss ich sagen. Ja, das wird auch nirgendswo hängenbleiben groß. Das ist sehr, sehr flexibel. Kommen wir aber mal zur Tastatur, weil auch die finde ich jetzt wieder so ein kleines Highlight. Als Vergleich möchte ich dazu sagen, ich habe einiges an mechanischen Tastaturen hier. Wie zum Beispiel die Rocket Vulcan 2, die Rocket Vulcan 2 Mini, XPG Summoner und andere. Und ich kann das schon relativ gut vergleichen. Was die Nifter-Tastatur allerdings jetzt wieder als Alleinstellungsmerkmal hat, was ich bisher noch nie gesehen habe bei einer Tastatur, ist, dass wirklich vollständiges Werkzeug dabei ist. Also sprich, ihr habt einen Zieher für die einzelnen Switches, ihr habt einen Tastenzieher dabei, ihr habt einen kleinen Pinsel dabei, um die Tasten dazwischen auszubürsten. Ihr habt, also bei der weißen, schwarzen Tastatur, die wir gekriegt haben, ist jetzt noch im Nifter-Logo eine weiße Escape-Taste und eine weiße Space-Taste dabei. Ja, also das könnt ihr dann austauschen, sieht ein bisschen cooler aus. Auch hier wieder gesleeftes Kabel, allerdings diesmal in Stoff. Das Design allerdings von der Nifter-Tastatur ist ein bisschen, ich sag mal, sehr, sehr konservativ, ja. Sie ist nicht so auf RGB ausgelegt und so extrem strahlend, wie jetzt beispielsweise eine Rocket Vulcan, ja. Wo ihr ja nur diese ganz flachen Keycaps habt, damit möglichst viel RGB nach außen strahlt. Aber natürlich, wenn ihr ein etwas klassischeres, geschlosseneres Design bevorzugt, ja, dann habt ihr hier natürlich schon eine coole Tastatur. Kabel ist abnehmbar, das heißt, auch wenn da was kaputt geht, das kann man tauschen. Ja, jetzt dieser klobige Klotz unten drunter von Gehäuse, ja, ich weiß nicht, also von der reinen Akustik her, hört die sich ganz cool an eigentlich. Im Vergleich direkt zur Rocket Vulcan oder so, die würde sich dann so anhören. Da kann ich jetzt natürlich nicht allzu viele Tasten drauf drücken, sonst bricht mir die Aufnahme hier ab. Ist ganz klar. Also gut, die Rocket Vulcan hat auch Cherry Red und die Nifter-Tastatur hat, oh, jetzt müsste ich gerade lügen. Ich glaube, die sind, ah, die waren aber auch von irgendeinem Markenhersteller. Fragt mich gerade nicht, von wem wir sind, ich muss nochmal nachgucken. Gebt mir eine Sekunde. Ja, Hotswappable, das ist natürlich cool. Ihr könnt also während dem Lauf einfach so einen Switch austauschen, wenn ihr merkt, der ist nichts mehr. Drei Switches sind übrigens tatsächlich auch dabei. Genau, da müsst ihr doch eigentlich draufstehen, von wem die sind, auf den Switches. Ich gucke mal gerade. Nur ich mit meinen Augen. Oh ja, gut, ich bin seit neuestem Brillenträger, tatsächlich. Das kann ich nicht lesen, die sind zu klein. Irgendwo stand's aber. Das sind Gateron Yellow. Heißen die. Die sind auch nicht allzu teuer, wenn man sie nachkaufen muss. Gateron Yellow Pro 2. Die sind von Sharkoon, genau. Ah, mein Gott, lass mich doch nicht so lange suchen. Sharkoon Switches sind das. So, dann stellen wir das Ding mal wieder weg hier. Da kosten, äh, die Sharkoon Gateron V2, kosten, wo sind sie, ja nicht mit Milch im Cap, sondern mit normalem Cap. Gateron V2 Yellow Switches, 110 Stück, 90 Euro. Gateron Phantom Yellow Switches, 110 Stück, 40 Euro. Ja, wir können aber quasi jeden einzelnen Switch einbauen, wie ihr wollt. Also hier sind nochmal 10 Stück für 3,60 Euro. Also die sind nicht so super teuer. Allerdings sind die auch nicht mehr die neuesten. Die Gateron Switches sind mittlerweile in der Version 3 erhältlich. Also, welchen Unterschied das jetzt genau macht, werde ich vielleicht noch austesten. Aber ich glaube nicht, dass das allzu viel Unterschied machen wird. Die Switches sind natürlich vorgeschmiert, sodass ihr die sofort einsetzen könnt. Also das finde ich schon ganz geil. Also, da haben sich die Jungs bei Nüfter echt Gedanken gemacht. Ja, geht mal was kaputt, kann man es kurzfristig tauschen. Man hat die Ersatzteile dabei. Auch für die Maus tatsächlich diese Glidepads, die unten drunter sind. Erstmal sind die abgeklebt. Also, da ist eine Schutzfolie drauf. Und ihr habt den ganzen Satz nochmal als Ersatz dabei. Ihr habt Ersatzcases für die Switches dabei. Ja, und alles, das ist schon echt gut gemacht. Also, da merkt man, dass die Jungs aus dem E-Sport kommen und da auch wirklich drüber nachgedacht haben, um keinen Scheiß zu verkaufen. Gut, die Preise sind jetzt ein bisschen, sag ich mal, Geschmackssache, weil die Nüfter-Produkte sind allesamt nicht billig. Gut, man möchte auch keine Billigmarke werden, das ist klar. Aber ich sag mal, gerade für einen Einstieg hätte man vielleicht den Preis ein bisschen runtersetzen sollen. Aber so wie es aussieht, schafft Nüfters tatsächlich auch so. Ich hab das erste Mal, wo ich die gesehen hab, auf TikTok gedacht so, ja, wir sind eine, wir wollen eine der größten Gaming-Marken Deutschlands werden. Da hab ich mir gedacht, ja, ja, klar, jeder kann sein Logo irgendwo draufdrucken und sagen, ich will eine geile Gaming-Marke werden. Das haben ja auch nicht wenige gemacht. Dass das auch kein allzu großes Problem ist für, ich sag mal jetzt, jemanden, der halbwegs bei TikTok oder so aktiv ist, was Eigenständiges zu machen. Das seht ihr zum Beispiel an Ben von Bens Hardware. Ja, ich mein, Respekt für Ben, der Junge hat Ahnung. Gar kein Thema, von dem hab ich auch schon sehr, sehr viel gelernt. Ja, wo ich der Meinung war, dass ich genau wüsste, was abgeht. Wusste es aber nicht. Und er hat auch eigene Mauspads. Die haben auch tatsächlich eine ähnliche Qualität wie die von Nüfter, würde ich mal behaupten, zumindest von der reinen Optik her. Aber die kosten natürlich auch ungefähr das Gleiche. Also da tut sich ja preislich viel. Also die Benz Hardware-Mauspads kriegt ja jetzt, glaube ich, nicht viel günstiger wie die von Nüfter. Aber sowas kann man natürlich auch selber machen lassen. Also das ist jetzt nicht das Besondere da dran. Aber was mich dann wirklich beeindruckt hat, ist wirklich, dass die Produkte auch wie die Maus zum Beispiel. Bleiben wir mal noch mal kurz dabei. Ihr kriegt von der Optik her genau die gleiche Maus, kriegt ihr bei Mediamarkt von der Eigenmarke Easy für ein Appel und ein Ei. Ich guck grad mal nach. Die sieht fast, nein, die sieht identisch aus. Die Easy IGM Ultra Light Gaming-Maus. Kostet 20,99 Euro. Ja, hat auch eine RGB-Beleuchtung. Hat genauso das Logo an der gleichen Stelle wie die von Nüfter. Ja, ist anders gelocht. Also die Lochung auf den Tasten sieht ein bisschen anders aus. Also da könnte man dann im ersten Augenblick direkt sagen so, oh ja, klar, kaufe ich die von Mediamarkt. Die kosten nur 21 Euro. Warum soll ich die von Nüfter kaufen? Die kosten Hunderter, ne? Also das wäre ja bescheuert, wenn ich das machen würde. Mediamarkt geht dann sogar hin und zieht die RGB-Beleuchtung ein ganzes Stück weiter nach vorne. Ja, die von Nüfter ist im Prinzip nur hinten über dem Gleitpad drüber. Und die von der Mediamarkt-Easy-Maus, die geht fast bis ganz vorne durch. So, aber dann haben wir natürlich wieder die, ja, den kleinen geringfügigen Unterschied, ja. Die Maus ist grundsätzlich nur mit Kabel zu betreiben von Mediamarkt. Ist keine Funk-Maus. Ja, dann habt ihr hier natürlich eine ganz andere Technik verbaut. Ne, Scrollrad hat sie. Sonst ist da nichts groß dabei. Die Bewertungen sind tatsächlich recht gut beim Mediamarkt. Macht, was sie soll, liegt richtig gut in der Hand, bla bla bla. Empfehlenswerte Gamer-Maus und so weiter. Aber wenn ihr jetzt wirklich eine Maus längerfristig verwenden wollt, dann ist natürlich die von Nüfter viel, viel geiler. Ihr habt die austauschbaren Pads unten drunter, ihr habt Ersatzpads dabei, ihr könnt die Switches tauschen, ja, ihr könnt das Case selber tauschen. Das heißt, ihr habt Bock auf eine andere Farbe, kauft euch eine andere Farbe. Die sind nicht teuer. Ja, schwupps, könnt ihr die Maus individualisieren. Und der Akku von der Maus hält auch ziemlich lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir bei der Nüfter-Maus jetzt noch gefehlt hätte, wären tatsächlich Aufnahmen für Gewichte. Boah, Entschuldigung. Aufnahmen für Gewichte. Ja, es gibt halt Menschen, die haben gerne eine schwerere Maus in der Hand. Aber, wie gesagt, man merkt halt eben, die Jungs haben sich wirklich Gedanken gemacht. Das soll jetzt an der Stelle keine Werbung sein. Ich bin halt einfach nur davon begeistert. Wo ich auch keine Werbung für machen wollen würde, ist der Hersteller von meinem neuen Schreibtisch. Wir haben hier ein komplettes Upgrade gemacht. Ich habe in der Redaktion jetzt deutlich mehr Platz. Und, ähm, ja, wenn jetzt hier erstmal alles wieder aufgeräumt, eingeräumt und verstaut ist, dann wird sich das vielleicht auch wirklich richtig zeigen. Wir haben uns das tatsächlich ein bisschen Geld kosten lassen. 2 Meter x 1,60 Meter Echtholz-Schreibtisch. Gut, jetzt kein hochwertiges Holz, sondern Gerüstplatten. Ja, aber trotzdem. Da war ich allerdings auch ein bisschen enttäuscht. Der Anbieter heißt Wood4U, falls ihr mal einen großen Schreibtisch braucht. Die Platten sind krumm und schief, die hier angekommen sind. Man merkt halt, äh, dass das, äh, verzogenes Holz ist. Ja, also, die sind wellig, die sind nicht gleich hoch und sowas. Also, da war ich doch dann schwer enttäuscht drüber. Da werden wir vermutlich über kurz oder lang irgendwie mit dem Hobel dran müssen oder so, um das glatt zu kriegen. Hier wackelt selbst die Tastatur drauf. Gut aussehen tut das Teil, keine Frage. Zwei Rollcontainer von Ikea drunter und ihr habt hier einen absolut geilen Schreibtisch. Aber, naja. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Platz, mehr Möglichkeiten auch dadurch. Gerade was das VR-Gaming angeht, werde ich in der nächsten Zeit deutlich mehr für euch machen können, weil ich jetzt deutlich mehr Platz habe. Aber kommen wir nochmal zurück zu, äh, Spielen. Ja, gerade da haben wir ja dieses Jahr das Jahr der Survivals. Ja, und da bin ich doch tatsächlich von einem Spiel etwas enttäuscht gewesen. Das ist Smallland. Survive the Wilds. Ich habe das Spiel vor anderthalb, zwei Jahren oder was mal im Early Access gespielt auf Xbox und war eigentlich sehr begeistert davon. Das Setting, die Idee, aber die finale Version jetzt, schmeißt euch im Prinzip in ein Spiel rein, das ihr kaum versteht, für das es kein Tutorial gibt, das zwar schön aussieht, aber das erstmal grundsätzlich damit beginnt, euch fertig zu machen. Ja, es gibt keine Story, es gibt keinen roten Faden, der sich so richtig da durchzieht. Ja, ich hätte mir schon gewünscht, dass ich zumindest irgendwie so eine konkreten Aufgaben hätte, ein Ziel, das es zu erfüllen gibt. Einfach nur überleben. Ja, für ein Survival mag das vielleicht reichen, aber selbst Sons of the Forest hat ein höheres Ziel. Ja, Nightingale hat ein höheres Ziel. Ihr wollt die Stadt Nightingale erreichen, die sich irgendwo hinter den vielen Portalwelten verbindet, äh, verbirgt. Ja. Also, da war ich bei Small Lantern doch irgendwie so ein bisschen frustriert, dass ich im Prinzip ein viel zu kleines Inventar habe, kaum Zeug mit mir rumschleppen kann, ständig kaputtgehe, nur eine Basis bauen kann. Nee, das hat keinen Spaß gemacht. Das wäre echt nicht schön. Ich meine, wenn ihr eine andere Meinung habt, immer in die Kommentare. Ihr wisst, wo ihr die Kommentarzeile findet, hier direkt unter dem Video. Das würde mich natürlich freuen, wenn ihr die so oder so mal benutzt und vielleicht mal Hallo sagt oder so. Denn so viel mehr ist momentan auch tatsächlich durch meine Krankheit nicht gelaufen. Ja, ich kann hier Hardware auspacken und benutzen. Ich kann mal kurz ins Spiel anzocken. Aber, ich sag mal so, viel, viel gezockt habe ich jetzt Honkai Star Rail. Das ist der Sci-Fi-Ableger von Genshin Impact, sag ich mal so ein bisschen. Mit rundenbasierten Kämpfen, wo ich mich nicht groß drauf konzentrieren muss. Das kriege ich gerade noch so hin mit einem dicken Schädel. Und, ja, in der Zwischenzeit habe ich versucht, so viel wie möglich zu schlafen halt, ne. Also, ich meine, das gehört zwar jetzt nicht hier rein, aber ganz ehrlich, seitdem wir damals geimpft worden sind und jetzt einmal Corona hatten, vor zwei Jahren, werden diese Erkältungen immer schlimmer. Und das kotzt mich ehrlich gesagt an. Ganz besonders merkt das natürlich meine Frau, die hat selten eine Erkältung gehabt. Und wenn überhaupt dann mal so maximal drei, vier, fünf Tage. Ja, die ist jetzt auch schon seit locker zwei Wochen dran. Ja, das hat uns also so richtig weggebombt. Und das mal wieder. Die werden scheinbar immer schlimmer. Das schränkt mich hier natürlich massiv ein, auch was Video- und Podcast-Produktion angeht. Ich kann halt in einem Video nicht alle zwei Minuten die Nase putzen oder rumhusten. Das wird nichts. Da kriegen wir nichts Vernünftiges auf die Reihe zusammen. Und ich würde gerne mal wieder was Vernünftiges für euch produzieren hier. Das ist, vor allem ist man immer ein bisschen genervt, ja. Man sitzt zu Hause, ja, unternimmt nichts, macht nichts, hat zu wenig Schlaf und will gerne was machen und denkt sich, ja, ich bin jetzt zu Hause. Ich kann jetzt zocken, ich bin jetzt zu Hause, ich kann jetzt Videos machen, Artikel schreiben, wie ein Blöder. Ja, ich habe jetzt die Zeit, aber es geht halt einfach nicht, ne. Ich habe tatsächlich auch Artikel geschrieben. Ist halt ein Hobby und keine Arbeit für mich. Aber ich sage mal, normalerweise habe ich so einen Spieletest fertig innerhalb von, ja, lass mich da mal eine Stunde verbrauchen, maximal mit ein bisschen Research, ein bisschen Bilder zusammensammeln, bearbeiten, schneiden, ja, Stündchen normalerweise. Ich habe jetzt teilweise hier den ganzen Tag gesessen und habe zwei Artikel geschafft. Also das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Da könnt ihr euch schon in ungefähr dran fühlen, wie schwierig das teilweise sein kann. Aber wie gesagt, ich will euch hier mit dem Podcast natürlich nicht allzu lange warten lassen und so ganz ohne neue Inhalte ist ja auch blöd. Wie gesagt, ich habe jetzt hier umgebaut und ich hoffe, dass wir hier jetzt einige Sachen mehr schaffen werden. Muss mal schauen, wie ich es genau mache. Da kommen da gerade nämlich noch ein paar andere Ideen, aber gut. Der Umbau ist scheinbar noch nicht ganz abgeschlossen. Mein Hirn will da noch mehr. Ja, ihr werdet es als Erste erfahren und ja, ich hoffe, da kriegen wir dann auch wieder mehr gemacht. Aber wollen wir uns auch nochmal einer kleinen Tradition widmen, die so in den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen angefangen hat, dass wir über aktuelle Spiele dieses und nächsten Monat so ein bisschen reden. Wir hatten ja jetzt diesen Monat unter anderem Jujutsu Kaisen Cast Clash. Da tut es mir echt leid, dass so viele Jujutsu Kaisen Fans da draußen rumlaufen, die mit diesem Spiel quasi beleidigt worden sind. Also wir haben es mit mehreren Jujutsu Kaisen Fans getestet und ja, ich sag mal, alle haben selber gesagt, so nee, da würde ich kein Geld für ausgeben, für den Mist. Reine Lizenz-Gurke. Ja, Suicide Squad war, naja, nicht so dolle, aber man konnte es spielen. Banachers hat der Ego heute den Test zu veröffentlicht. Da könnt ihr gerne mal reingucken auf Gameolution.de. Banachers fand ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe es zwar noch nicht lange gespielt, aber ist echt cool. Mario vs. Donkey Kong ist rausgekommen. Ja, kriegt ihr den Test noch, kann man kaufen, ist okay. Ist allerdings doch sehr kinderjugendlich von der Ausrichtung her. Skull & Bones ist rausgekommen. Und naja, also extrem nischiges Produkt. Muss man wirklich mögen. Also ich bin jetzt nicht begeistert. Ich habe den Artikel schon länger fertig, aber noch nicht veröffentlicht. Ich will dem Spiel noch ein paar Stündchen geben, um zu gucken, ob es besser wird. Aber naja. Ja, es kommt jetzt natürlich jetzt in vier Tagen noch Final Fantasy VII Rebirth. Bis dahin muss ich die Demo noch beendet haben. Ich werde die Bonus-Inhalte haben. Erste Tests sind schon draußen. Jo, soll gut sein, ne? Welcome to Paradise. Auch interessanter Titel. Werden wir vielleicht auch mal reingucken. Nächsten Monat war eigentlich Live by You angesetzt. Zumindest in der Early Access Phase. Der Sims Killer, falls ihr das gesehen habt, ich glaube aus Korea kam der. Ja, sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Haben wir uns noch nicht drum gekümmert. Ist auch verschoben worden. Ja, dann kommt nächsten Monat unter anderem. Was haben wir denn hier noch schön auf der Liste stehen, was erwähnenswert wäre? WWE 2K24. Ja gut, WWE 2K24 ist wohl immer so eine Sache. Muss man mögen, ne? Ich habe es als Kind gerne geguckt. Outcast, the new beginning. Soll am 15. März rauskommen. Auch unheimlich interessant. Alone in the Dark. Neuauflage, 20. März. Auch durchaus interessant. Bin mit der Serie nie richtig warm geworden mit Alone in the Dark. Aber vielleicht versuche ich es nochmal. Horizon Forbidden West in der Complete Edition. 21. März für den PC. Da alle PC-Zocker mal aufgepasst. Horizon Forbidden West Complete Edition. Haut rein, Leute. Das ist geil. Das hat mir Spaß gemacht. Und es bietet sehr, sehr viel Spielzeit. Und ihr erfahrt nochmal ein Stück mehr über die Welt und was passiert ist. Ich fand's cool. Rise of the Ronin, 22. März. Ganz wichtig. Könnte so ein Ghost of Tsushima 2 sein, mehr oder minder. Habe ich echt Bock drauf. Schauen wir uns mal an. Ihr habt tatsächlich auch noch nicht viel dazu gesehen. Es kommt von Sony direkt. Es ist ein PS5-Exclusive. Ja, schauen wir mal, ne? Present Architect 2. Für viele interessant. Ich komme da gar nicht mit klar. Neues South Park Spiel. Snow Day kommt raus. Am 26. Könnte auch wieder lustig werden, ne? Das vielversprechende Open Roads kommt raus. Ein Story Road Trip Spiel. Ich hab's jetzt auch nicht ganz genau im Kopf, was es war. Aber ich hab's auf jeden Fall im Kopf, dass ich's mir angucken wollte. Ja. Damit wird der nächste Monat mal wieder ein bisschen, äh, ich sag mal eher vorsichtig. Ja, aber April haut dann auch wieder rein. Da ist noch nicht allzu viel jetzt auf der Liste im April. Aber unter anderem mit, äh, Manor Lords. Ja, das solltet ihr auch im Auge behalten. Stellar Blade. Für PS5, da hab ich auch voll Bock drauf. Ja. Und sonst steht da noch nicht allzu viel auf der Liste. Genau wie für Mai. Da hab ich nur Homeworld 3 drauf. Das mich jetzt groß interessieren wird. Och. Ich merk's schon wieder. Es wird zu viel langsam. Gut, Leute. Äh, wir haben ein bisschen über Games gequatscht. Äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Ausblick geben, was in der nächsten Zeit so kommt. Meine Meinung zu ein paar Sachen sagen. Unter anderem zu Nifter. Ja. Da gerne nochmal, ähm, Guckt's euch an. Guckt euch die Qualität an bei einem, der es gekauft hat. Ja. Ja, das wird sich mit Sicherheit lohnen. Ich hab da echt das Gefühl, dass das durchaus, äh, was werden kann mit Nifter. Ja, also qualitativ auf jeden Fall. Ähm, ja, was die Survival Games angeht, ich glaub, da werden wir den Rest des Jahres noch mitverfolgt, ne. Ich glaub, alleine ich hab noch, äh, sieben oder acht Titel, die ich dieses Jahr zocken wollte, auf der Liste. Also, wir werden sehen, es wird viel werden. Sehr viel. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute bin ich raus. Euer Big Frank von Big Frank Gaming. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.